Was geht ab Leute, Satan ist wieder da und zwar mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 931 und das ganze geht direkt spektakulär los. Und zwar sehen wir endlich Sanji in seinem Raidsuit und ich muss wirklich sagen sieht doch sogar verdammt cool aus, so mit dieser Kakashi Erinnerungsmaske und ähm diese ganzen Rüstungen und sowas, nicht schlecht Sanji, Respekt, könnte ich mich dran gewöhnen das öfters mal in irgendwelchen zukünftigen Kämpfen zu sehen. Das Einzige was ein bisschen merkwürdig ist, warum hat Sanji auf einmal hochgegelte Haare? Kommt das automatisch schon im Anzug, ist das so ne Sache und wenn man den öfters trägt bleibt das so, wie bei den anderen Brüdern? Naja sind wir mal letzten Endes gespannt. Lord, der ja aus dem North Blue kommt, kennt natürlich die Geschichten rund um Sora dem Helden und der bösen Germa 66 und hat so auch direkt den passenden Spitznamen für Sanji und zwar Nummer 3, der bösen Germa 66, Stealth Black. Ja gut, Sanji ist ja nicht ganz so gut auf seine Familie bzw. de Germa 66 zu sprechen und dementsprechend mag er natürlich auch seinen Spitznamen nicht, weil er halt einfach nicht dazugehören will. Deshalb nennt er sich kurzum in Sober Mask, da finde ich irgendwie Stealth Black doch schon ein bisschen besser muss ich sagen. Wie alle anderen Raidsuits hat auch dieser eine spezielle Fähigkeit und dieser ist direkt von seinem Namen ableitbar, Stealth Black und zwar kann sich Sanji sozusagen unsichtbar machen. Naja nicht direkt unsichtbar wie jetzt eben mit dieser Teufelsfrucht, nein nur die Umgebung wird auf den Raidsuit projiziert und sozusagen wirkt er dementsprechend unsichtbar. Frage, die ich mir jetzt hier erstmal gleich mal stelle, wir haben ja hier ein paar Körperteile und auch wie die Haare und sowas, die nicht von dem Raidsuit bedeckt sind, werden die dann auch mit in die Projektion einbezogen, dass er wirklich komplett unsichtbar wird oder sieht man dann halt auf einmal nur noch so ein Stück Kopf mit Haaren herumlaufen? Ja gut, da wird Oda sicherlich eine Lösung für haben. Wie auch die anderen Raidsuits verstärkte er auch gleichzeitig Sanjis körperliche Attribute, seine Offensive, seine Defensive und auch seine Geschwindigkeit und dies zeigte direkt mal Page One, indem er mit Hochgeschwindigkeit auf sie zurast und die direkt mal eine verpasst. Page One ist aber leider eine Soren-Teufelsfrucht-Nutzerin bzw. Teufelsfrucht-Nutzer, wir wissen ja immer noch nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Ähm, dementsprechend ist es von, ist er, er, sie, es, wie soll ich es nennen, Page One von der körperlichen, physisch her sehr, sehr, sehr stark und hält halt so einen Schlag auch mal aus und puncht direkt mal Sanji und dieser fliegt erstmal rum. Aber auch ihn juckt das nicht so sehr, denn dieser Raidsuit ist wirklich, wirklich, wirklich sehr gut gepanzert. Auch Sanji bemerkt natürlich seine Fähigkeit der Unsichtbarkeit und denkt sich auch erstmal Geil, ich wollte ja schon immer unsichtbar sein und Frauen in der Badewanne beobachten. Schwenkt aber dann direkt um und sagt, nein, halt, ich muss erstmal meinen Freundinnen helfen. Ja, ja, ja. Daraufhin kickt Sanji erstmal Page One wieder gegen den Kopf. Unterdessen sehen wir dann auch Robin und zwar läuft sie im Orochi Schloss herum und sucht natürlich nach dem Road Pony Glyph von Kaido. Auf ihrem Weg nach dem Road Pony Glyph wird sie aber von einer Ninja Truppe, den sogenannten Oni-Waban entdeckt. Oh, oh, ist jetzt halt natürlich die Frage, wenn sie im Orochi Schloss sind, werden sie ja sicherlich auch zu Orochi gehören. Das könnte ein bisschen Problemchen geben. Dann schwenkt die ganze Szene ab nach Kuri, wo wir Chopper, Momonosuke, Otama und so sehen und sie machen eine extreme Entdeckung und zwar Big Mom. Wow, okay. Wir wissen ja im letzten Kapitel, Big Mom ist ja im Meer versunken und wurde dann irgendwie hier durch die Strudel anscheinend wie Ruffy irgendwo hingeschleudert. Und sie taucht dann wirklich einfach vor den ganzen Strohhüten da auf. Aber, und hier kommt der Plottwist. Aufpassen. Big Mom hat ihr Gedächtnis verloren. Sie weiß nicht, wo sie ist. Sie weiß nicht, wer sie ist. Und das wird wirklich interessant für die Story. Denn überlegen wir uns einfach mal. Eine Big Mom hat ihr Gedächtnis verloren. Sie ist jetzt momentan bei Chopper, Momonosuke und Co. Könnte gut möglich sein, dass sie sich eben mit diesen anfreundet und so eben der Strohbande hilft im Kampf gegen Kaido. Und das wäre halt wirklich krass. Weil so hätten wir eine Möglichkeit, wie man Kaido den ach so unbesiegbaren doch besiegen könnte. Ich meine ein Ruffy zusammen mit den ganzen Samurais und den Minks und sowas und noch Big Mom. Ja, das wird selbst für einen Kaido zu viel sein. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Problem an der Sache ist, was macht denn ihre Bande? Ich meine, die werden ja in der Zwischenzeit nach ihrer eigenen Mutter suchen, beziehungsweise ihre eigenen Kapitänin. Und wenn sie sie entdecken, werden sie dann sagen, hey Big Mom, die da sind eigentlich die Feinde. Und wird sie dann in irgendeiner Form ihre Erinnerung wiederkriegen? Oder können die Strohhüte die Piratenbande von Big Mom insoweit irgendwie austricksen oder das Ganze ausnutzen, dass sie denken, Big Mom wäre noch voll bei Sinnen und sie schließt sich dann tatsächlich den Strohhüten an, sodass die ganze Big Mom Bande sich auf einmal den Strohhüten anschließt? Das wäre auch irgendwie interessant. Dann hätten wir wirklich so einen riesen, riesen, riesen Clash. Frage ist halt nur, wie Oda das dein ganzes weiterspinnen will. Und zwar entweder bleibt sie dann eine Verbündete von den Strohhüten, kriegt einfach nie wieder ihr Gedächtnis zurück, was aber etwas seltsam für die Story wäre. Oder nach dem Kampf gegen Kaido kriegt sie ihr Gedächtnis zurück und Ruffy muss nachdem er Kaido besiegt hat, direkt auch noch gegen Big Mom antreten. Oder aber Nummer 3, was auch noch eine Möglichkeit wäre. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal überlegen, Big Mom hat ihr Gedächtnis verloren. Sie freundet sich vielleicht mit Ruffy und Co. an. Und sie in ihrer neuen Form, nenne ich es jetzt einfach mal, finden die Strohhüte Big Mom dann vielleicht gar nicht so scheiße. Freunden sich sogar wirklich mit ihr an und finden sie ganz dufte. Aber dann kommt der Plot Whist, denn genau in dem Moment, wo so diese Freundschaft zwischen Ruffy und Big Mom auf dem Höhepunkt zu sein scheint, taucht plötzlich ein Blackbeard zum Beispiel auf und tötet Big Mom einfach. Und somit hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir hätten die Lösung, wie man gegen Kaido gewinnen kann und zwar mit Hilfe eines anderen Yonkos und wie man gleichzeitig dabei auch noch das Problem Big Mom los wird und zwar indem Blackbeard das ganze ausnutzt und Big Mom tötet. Das wäre schon wirklich krass. Also diese Idee fände ich an sich nicht einmal so schlecht. Aber was denkt ihr denn über die Spoiler? Schreibt eure Meinung doch einfach in die Kommentare und wenn euch diese kleine Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Klick auf den Abo-Button freuen. Und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.